Musik Moin Moin und herzlich willkommen hier mal wieder zu einer Runde Minecraft Jump League auf dem Playmanity Server Und ja, die meisten die mich kennen wissen natürlich, ich bin der Schlechteste auf der ganzen Welt im Jump League Also erwartet bitte für die Neulinge nicht zu viel von mir, denn ich bin wirklich schlecht Also das ist jetzt nicht nur einfach nur so gesagt, also ihr habt es schon gesehen, ich bin gleich wieder runtergefallen Weil ich ein richtiger Noob bin und da fahren wir gleich noch ein zweites Mal runter, weil uns das erste Mal nicht gereicht hat Genau, Platur, mach es am besten noch besser, so, jetzt haben wir mal die Kiste gelootet So, die Schuhe können wir noch nicht anziehen, weil wir, glaube ich, Lederschuhe immer kriegen oder so So ähnlich habe ich es gesehen Leute, er ist halt auch gerade mal neun Wir haben, glaube ich, eine richtige Noob-Runde hier erwischt Das freut mich, oh man, aber der biggest Noob bin immer noch ich und ich bin Platur Mann Konzentrier dich doch jetzt mal Ich konzentrier mich so und fall runter, ich fass es nicht Ich konzentriere mich und fall trotzdem runter Platur, konzentrier dich jetzt mal richtig Right Ja Wenigstens, das hat jetzt geklappt, so sind wir schon mal Oh Mann, warum machen wir es so schnell Warum machen wir es so schnell Anstatt wieder einmal stehen bleiben, so wie hier auch immer Und dann konzentrieren wir uns Oh, ja und dann schaffen wir es nämlich auch Wenn man sich konzentriert, dann geht alles viel besser Und was machen wir? Wir konzentrieren uns mal wieder nicht und fallen wieder runter, direkt Oh Mann, stupid So, jetzt Concentration, Concentration Und, oh ne, da sind wir schon viel zu schräg angelaufen Ich hoffe auch, dass langsam meine Audioqualität wieder besser wird Weil ich will jetzt echt darauf ein bisschen achten Dass ich jetzt langsam die richtige Audioqualität hinbekomme Ich weiß, dass sie derzeit echt Manchmal echt unterirdisch ist Ich sehe das selber und jetzt will ich diesen Sprung hier schaffen So Ja, danke Na, wir sind so doof Mann, das war hier bei so doofen Sprung Mann Leute, das muss doch nicht sein Mann So, jetzt aber Jetzt will ich das schaffen, komplett Weil sonst sind wir jetzt echt gleich letzter Es haben zwei Stück schon Oh, den haben wir direkt geschafft Das wundert mich Eigentlich gerade Oh, jetzt noch den hier Whee Und unlucky wie immer Nothing happened Oh, normal kriege ich immer unlucky eigentlich Ich glaube, ich hatte bisher zweimal lucky und zehnmal unlucky oder sowas Aber wir sind jetzt schon mal in den Top 3 Top 3 So, oh nein, wie soll ich den hinkriegen Oh nein, oh nein Oh nein, oh nein, oh nein, der war gar nicht so schwer So Die Sprünge hier gehen jetzt gerade so einigermaßen Ui Ui, 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 ui So, wir sind schon mal gesaved Gib uns noch mehr Schuhe und angeln Echt, wir brauchen ja nichts anderes So Oh nein, ich hasse sowas Das hier die ganze Zeit hoch und runter geht So, das haben wir trotzdem gemeistert Gemeistert wie Meisterpro... Pa, Mann Platua, du bist echt manchmal eine Hohlbratze Guckt euch das an Guckt euch an, wie hohl ich bin So haben wir gleich mal unseren dritten Platz verspielt hier Unsere vierter So, ich will jetzt aber wieder auf den dritten Jetzt strengen wir uns wieder Jetzt machen wir wieder viel zu viel Tempo Und verlieren das gleich wieder Ich sag's euch Okay, das haben wir jetzt schon mal Sind wir dritter? Ne, Leon Leon, I hate you Leon ist sogar deutlich vor uns Okay Ich dachte gerade eben, wir sind dicht dran Aber Leon ist ja richtig deutlich vor uns So Und hier haben wir letztes Mal verloren, oder? Ne, es war nicht hier Wir waren schon weiter Hier haben wir verloren Ne, auch nicht Doch, da sind wir dann auch mit dem Nachsprung Sind wir runtergefallen Genauso war das Genauso war das Und das ist so ein Scheißsprung, oder? Oh Mann Ah Oh, okay, er ging noch Er ging, war sogar noch einigermaßen okay So Okay Okay, wir haben aber schon mal Wir sind jetzt Platz vier So Einmal das hier looten Oh Mann, ich will langsam mal was anständiges kriegen Das kann doch nicht sein Oh ne So Einmal hier anziehen Und das Boot in die Taskleiste In die Taskleiste, sag ich In die Hotbar So Aber wenigstens, guck mal Vier Stück sind noch ganz beim Anfang Also gehöre ich jetzt mal nicht zu den ganz doofen Das ist auch mal selten Das freut mich Und ich glaube, das wird auch eine längere Runde Weil ich denke mal, dass es niemand schaffen wird So wie es jetzt gerade aussieht Ich hab's auch noch nie geschafft übrigens Also Ich bin nämlich echt nicht gut im Jump'n'Run Ich hab's noch nie geschafft Das kann ich euch ganz klar zugeben Ist mir auch nicht peinlich oder sowas Weil Ihr wisst, dass ich Nicht gut im Jump'n'Run bin Da bin ich schon besser am PvP Aber Na ja Ein Jump'n'Run ist echt Ist echt eine schwierige Sache für mich Oh Mann Guckt euch das an Guckt euch hier Nubi Plato an Also falls jemand mal Motivation haben möchte für Jump'n'Runs Guckt euch einfach meine Videos an Denn Da seht ihr wie schlecht man sein kann Und wie gut ihr eigentlich seid Weil Ich bin jetzt ernsthaft ganz schön schlecht Und vor allem diese Runde Geht sogar noch einigermaßen für mich Für meine Verhältnisse Also ihr denkt ja wahrscheinlich Hä Der ist doch gerade voll schlecht Aber Wenn ich ehrlich bin Die Runde geht sogar noch für meine Verhältnisse Achso wir kommen jetzt ja direkt durch Oh Mann Das ist noch so ein weiter Weg einfach So Nein Oh Nein Oh Das war so knapp Das war so knapp Wir sind einfach Zweiter Wir sind einfach Zweiter Wir sind einfach Zweiter Haben zwar Unlucky bekommen Übelkeit Übelkeit wird uns aber nicht stören Denn Übelkeit Bringt uns sogar Plus So können wir 120% abliefern So Den Sprung Die haben Paluten und Dings ist auch lange gefehlt Und natürlich mache ich das genauso Wir tun es ihnen gleich So aber ich bin jetzt auch Ach der Erste ist auch hier Dann will ich den ja schaffen Aber ich bin Natürlich auch wieder zu doof dafür Ich glaube der Erste hat es gerade geschafft So Ich hoffe natürlich Dass er jetzt gleich nochmal runterfällt Weil dann hat er es nicht geschafft So ne ich weiß gar nicht Ob er es geschafft hat Weil der Sprung ist echt ein Scheißsprung Und ich glaube die anderen Willen uns gleich wieder einholen Aber da oben die Kiste Hätte ich gerne noch Ich mache das doch gar nicht Gar nicht so schlecht glaube ich Ich drücke sogar Tab oder Was ruhig dafür eigentlich Ne ich drücke dafür Shift Direkt dafür Shift Leute So jetzt Hä ich sah da perfekt dran Und hab Shift gedrückt Man was denn da los Aber wir sind Zweiter Leute das hatte ich noch nie Ich würde gerne mal Erster sein Das wäre so ne richtige Das schaffe ich aber nicht den Sprung Kann ich euch direkt sagen Den will ich Da werde ich jetzt die ganzen Zwei Minuten noch dran kleben Und nichts hinkriegen Mann Ich hoffe wenigstens Dass die Audioqualität dann stimmt Das wäre ja richtig ärgerlich Würde dir auch nicht stimmen Oh Mann Ich bin so gut gesprungen Ich bin perfekt abgesprungen Glaube ich sogar Mann Aber ich kann ja gar nicht Perfekt abgesprungen sein Guck Jetzt hat er erst es geschafft Alter das kann doch nicht sein Fall runter Leon Fall runter Hast du verdient Echt Du warst am Anfang noch hinter mir Und bist jetzt einfach Erster Das kann doch nicht sein Der Leon hat gar nichts verdient Mann So Wie kann man so doof sein Plator Wie kann man so doof sein Das war doch Der schlechteste Fail Ich hatte noch nicht mal Waffe Ich würde gerne wenigstens ein Schwert haben Leute Deswegen würde ich das jetzt gerne schaffen So So Nein Wir haben es geschafft Ich hatte so ne gute Idee So das schaffen wir jetzt noch Das schaffen wir jetzt noch Ich habe jetzt gerade Die Hoffnung wieder geweckt bekommen Durch diesen heftigen Sprung Da gerade von uns So Nein Dummbatz Dummbatz für Arme Alter Was war denn da gerade los Das war ja so schlecht gemacht von mir Ja Ihr könnt mir gerne sagen Das war schlecht gemacht Das weiß ich selber So Das kann nicht sein Wenn ich das jetzt nicht schaffe Dann verzweifle ich hier Dann verzweifle ich Vor allem Es haben mittlerweile so viele bis hier geschafft Und warum drücke ich nicht Ein Tick weiter nach rechts Das schaffe ich das wahrscheinlich nicht mehr 34 Sekunden habe ich noch Letzter Versuch So Jetzt aber Nein 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 Oh Shit 23 Sekunden Komm gib Gas Letzter Versuch Allerletzter Das ist auf jeden Fall der letzte Danach werde ich nichts mehr hinkriegen So Jetzt muss ich es schaffen Es war so knapp Es war so 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 knapp Vielleicht schaffe ich noch einmal Ne Ich schaffe es niemals mehr bis oben zur Kiste Auch wenn ich das jetzt schaffen sollte Oh ne Okay Wir haben eine Scheißwaffe Vielleicht haben wir noch einen Kompass hier mitbekommen Okay da ist schon direkt der erste Ich hoffe das sortiert lange ein So Fallschaden Miner Erster Kill First Kill First Blood Oh ne gar nicht First Blood Shit Ich dachte ich habe wenigstens schön First Blood hier gemacht Aber habe ich gar nicht Wo ist er Ich habe ihm so die besten Hits gegeben Und dann hat er einmal Glück Dass ich nicht weiß wo er ist Ernsthaft So ein Glück möchte ich auch einmal haben Oh Abstauber Abstauber können nichts regeln Abstauber können nichts regeln Da haben wir sie gemacht So Haben wir beide gekillt Ne Der erste war doch von dem anderen gekillt Aber wir müssen jetzt erstmal gucken Ich weiß gar nicht wie man hier hochkommt Komm runter mein Freund Hier ist ein Wasserfall Traust dich nicht oder was Ich weiß nämlich nicht wie man zu euch hochkommt Hier sieht es so aus Ich habe auch keine Lust hier an der Seite hochzuhüpfen Ernsthaft die Map ist richtig doof gemacht So haben wir hier hinten hoch Ist niemand hinter mir ist gut Aber hier kommt man hoch Okay Alles Ich nehme alles zurück Die Map ist gar nicht so cool Äh Gar nicht so cool genau Das war natürlich sehr schlau So Wo ist der Typ Sag jetzt nichts Was unten Oh oh So Dich kriegen wir mein Freund Dich kriegen wir mein Freund Den dürfen wir doch kriegen Oh danke Danke Dass wir den bekommen haben Ich dachte schon Wir sterben jetzt an dem komischen Typen So Wir haben noch Oh der eine hat noch drei Leben Oh das ist ja scheiße Das ist ja richtig scheiße Warum hat der eine noch drei Leben So Jetzt müssen wir auf den hinter uns gehen Sorry dass ich gerade so leise war Leute Ich muss mich gerade eben echt ein bisschen konzentrieren Okay Es hat niemand mehr drei Leben Ich habe auch nichts mehr zu essen Das ist das größere Problem So wo ist der denn Da oben Okay Oh ne Das ist ja richtig doof Was die da oben sind Das muss ich erwarten Und ich will kein Essen so verschwenden Deswegen will ich jetzt nicht da hochlaufen Ich warte einfach bis die kommen Komm runter mein Freund Kann ich jemand mal hier unten spawnen wenigstens Oder hier durchs Wasser runterspringen Weil ich habe keinen Bock da hoch zu schwimmen Ernsthaft Das ist so unnötig Weil es dauert einfach so lang Ne geht eigentlich Warum schwimmt man hier so schnell hoch Oh 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 Den habe ich ja gerade eben noch gesehen Den habe ich ja gerade eben noch gesehen So Glück gehabt Nein Wir haben verloren Wir haben verloren Der hat noch zwei Leben Und ich habe nur ein Leben Nein 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 Wir sind draußen Wir haben zweimal getötet Shit Aber ich hoffe trotzdem Euch hat diese Runde gefallen Oh man Ich habe das Mikrofon so übersteuert Das regt mich mega auf Man Nur weil das alles so dicht dran war Aber ich hoffe trotzdem Euch hat die Runde gefallen Wenn ja würde ich mich riesig über ein Like freuen Ich habe hier auch so ein scheiß Mikrofon Das nervt mich auch Dass das Mikrofon so doof ist Denn ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem T-Bone SC440 Also ich glaube da kann man wohl einiges machen Aber ich bin dafür anscheinend so doof Na gut egal Das ist jetzt ein anderes Thema Ich hoffe euch hat die Runde gefallen Wenn ja würde ich mich riesig über ein Like freuen Und dann vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao